Ahhhh, okay, gut. Scheiße, ich bin jetzt schon wieder zurück. Oh maaaannn, Digga! Ahhhh! Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video. Mein Name ist Darma Ripp und heute wollen wir uns der Frage aller Frage stellen, was macht man oder was kann man gegen Langeweile tun? Ja, das ist vielleicht für alle von uns schon mal ein Begriff gewesen. Wir sitzen irgendwo, langweilen uns des Todes und wir wissen nicht, wie man am besten die Zeit vertreiben kann. Nun, ich habe für euch, glaube, das beste Spiel gefunden, was das Internet so hergeben kann. Auf jeden Fall heiße ich euch heute herzlich willkommen zu dem Spiel Agario. Vielleicht haben das schon mal einige gehört. Wenn ich Agario höre, dann erinnert mich das sehr an meine Jugend, an meine Teenager-Phase, wie ich das auch damals mit Freunden gespielt habe. Einfach so ein bisschen Nostalgie-Vibes habe ich gerade hier. Worum geht es in Agario? Ganz einfach, wir spielen einen kleinen Kreis, der halt, so sagen wir mal, Punkte sammeln muss, die wir hier schon an der Seite hier sehen, um halt größer zu werden oder halt zu wachsen. Und natürlich gibt es auch noch andere Spieler, die auch dasselbe Ziel haben wie wir. Also je mehr Punkte sie sammeln, desto größer werden sie. Und es gibt natürlich auch eine Rangliste und auf diese Rangliste will ich kommen, beziehungsweise will ich auf Platz 1. Ich glaube, das ist bei jedem Spieler so das Ziel. Ähm, ja. Und hoffentlich werden wir das auch so erreichen und hoffentlich wird nichts anderes weiter Schlimmes passieren. Wir schauen mal. Auf jeden Fall müssen wir erst mal anfangen zu spielen und ich glaube, als Nickname wäre ja da mehr passender, als dass ich einfach sage, ey, mein Name ist Darma Ripp, das passt, glaube. Und wir starten einfach jetzt ein neues Spiel und oh, 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 okay, 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 okay. Okay, erst mal, wow, 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 hey, 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 okay, erst mal hier durchkommen, weil, äh, was ich vielleicht noch nicht erwähnt habe, die anderen Spieler, die hier auch nebenbei noch rumfloaten, die können einen auch, äh, sagen wir mal, fressen. Das heißt, ich muss mich sehr, äh, zurückhalten, was jetzt das angeht von wegen so Angriffsmodus, weil es kann jederzeit irgendwie passieren, dass mich Leute angreifen und ich dann halt gefressen werde und das heißt dann für mich Game Over. Also, wie schon gesagt, hier oben ist halt diese, diese Liste, diese Rangliste, wo wir uns halt gerade befinden. Nein, 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 du kommst mir nicht. Ach, du Scheiße, was soll ich denn machen? Warte mal, bin ich schon groß genug, um mich zu verteilen? Warte, drei, zwei, eins. Oh, ja, ich konnte mich retten. So, 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 ich will nicht von euch gefressen werden. Digga, ich will erst mal, ah! Was war das denn jetzt eben, Alter? Alter, darf ich das bitte nochmal hören? Ah! Der geilste Schrei ever. Ja gut, da habt ihr jetzt mal auch gesehen, was halt passieren kann. Das kann hier ruckzuck gehen, dass einfach Leute kommen und sagen, ey, wir wollen dich nicht hier. Bitte verpiss dich und dann können die uns halt fressen. Gut, wir starten aber direkt nochmal rein, weil das können wir ja nicht auf uns hier beruhen lassen. So. Oh Gott, 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 hab ich mich jetzt erschreckt, Alter. Ey, bei dem Spiel gefühlt erschrecke ich mich ja mehr als in fucking Outlast 2 und wir wissen alle, wie schlimm Outlast 2 für mich war. Aber egal, gut, never mind. Wir fressen hier unsere Punkte. Wir sind auf Platz 61. Ey, das war jetzt gar nicht mal so schlecht. Wir sind Platz 54. Alter, 53. 52. 50. Ey. Also, so langsam wird das hier was. So langsam wird das hier was. Ich muss einfach nur aufpassen, dass keine anderen Spieler hier irgendwie kommen und sagen, ey, du bist jetzt der nächste Gang auf meiner Essenskarte. Das will ich natürlich vermeiden. Will ich mich verteilen? Will ich das Risiko eingehen? Ja, komm, ich riskiere es. Warte, drei, zwei, eins. Kasching! Uh, das hat geklappt. Das hat geklappt, wie es klappen sollte. Wir haben jetzt insgesamt 211. 211 Punkte. Score, whatever. Steht ja hier unten. Äh, rechts. Ne, links. Wenn man keine Orientierung mehr hat, Alter. Wenn man keine Orientierung mehr hat. Kennt ihr's? Wenn man keine Orientierung mehr hat? Ach, egal. Nein, nein, nein. Wenn du dich jetzt zerteilst, das wäre kein Gewinn für dich, ne? Das weißt du schon. Ach, du Scheiße. Der verfolgt mich jetzt. Ich darf mich halt jetzt nicht zerteilen, weil sonst kriegt er mich. Sonst, sonst nimmt er mich. Sonst... Ah, ok, gut. Albania ist weg. Albania ist weg. Was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Verdammt. Äh, ach so. Ich wollte eigentlich sagen, dass wir ja schon eine stattliche Größe hier angenommen haben. Oh Gott. Ey, ich... Alter, ich vergesse manchmal... Nein, 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 ich will mich nicht zerteilen. Ich will mich nicht zerteilen. Mann! Alles für die Katz hier gefühlt jetzt. Das war jetzt alles hier für die Katz. Verdammt. Verdammt. Ich wollte eigentlich mal darauf eingehen, dass ich auch bemerkt habe, dass ich in ein paar meiner Videos einfach so irgendeinen Satz anfange. Dann kommt irgendwas dazwischen. Ich das fast immer vergesse und es dann auch entweder gar nicht mehr erwähne. So war das jetzt eben. Ich dachte jetzt eben auch so, scheiße. Kickt die Demenz wieder, aber nein, doch noch nicht zum Glück. Gut, wir sind Platz... Was? Wir sind Platz 32. Habe ich gar nicht mitbekommen. Wir sind gar nicht mal so schlecht unterwegs. 31! 29! Wieder! Super! Okay, äh... Oh, scheiße, 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 scheiße. Okay, okay, ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Ich bin am Ar... Ja gut, da muss noch mal ein bisschen Energy rein, Alter. Alter! Ja, Agario ist schon ein bisschen Nerven aufreibend. Äh, bleh, äh... Ja, Agario ist halt schon nervenaufreibend. Wollte ich doch nur sagen, Hilfe! Weil es ist dann halt immer so scheiße. Du baust dir dann hier, sag mir mal was auf. Und dann kommen so halt größere, äh, Kreise, die dir halt dann hier so weiß machen. So, ey, Digga, du landest jetzt in mir drin. Das, 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 äh... Warte mal, war das jetzt Sex? Das war jetzt... Kann man das sexuell verstehen, dass du in mir drin landest? Oh, ja, doch. Oh, scheiße. Das merke ich ja jetzt erst. Oh, Gott, Alter. Oh, Gott. Das war jetzt nicht... Das war jetzt nicht so ausgemacht. Ich muss... Ha! Schnell weg! Oh, Gott! Ha! Was passiert denn hier, Alter? Oh, Gott, Alter. Die wollen mich. Die wollen mich alle, richtig. Alter! Die wollen mich. Oh, Gott, Alter. Du kriegst mich nicht. Und da, schon wieder. Ich bin ein Meister der... Oh, ja, super. Ich bin ein Meister der Tarnung und krieg die Tarnung nicht hin. Oh, Gott. Ich bin erbärmlich. Ich seh gerade, wir haben Platz 4 und 73. Das dauert noch ein bisschen, glaube ich. Ich glaube, wir sind... Fuck, Alter. Ich glaube, das dauert jetzt wieder ein bisschen, bis wir eine gewisse Reichweite hier wieder haben. Oh, Gott. Das ärgert mich dann einfach, ne? Weil du baust dir dann halt wirklich hier was auf und dann denkst du dir so... Oh, ja, den will ich. 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 Nein! Später. Da sind Leute und da ist einer und wenn ich jetzt nicht meinen Arsch hier wegbewege, lande ich in irgendeine Sackgasse. Und diese Sackgasse wird dann heißen, dass ich dann wieder verliere. Und ich will nicht verlieren. Ich will nicht verlieren. Bitte. Tu mir das nicht an. Spiel. Ach, Kario. Bitte, please. Oh, Gott. Okay. Ihr habt da drüben euer Rendezvous. Ich geh mal weit, weit weg. Ne? Ich bin ganz, ganz, ganz weg. Ich bin ganz weit weg. Ich bin auf Platz 26, 27. Kommt, Leute. Ruiniert bin ich diesen Traum. Ach, du Scheiße. Weg, 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 weg. Oh, nein, 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 nein. Oh, nein, 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 Oh, mein Gott, wie hab ich das jetzt eben überlebt? Oh, mein Gott. Wie hab, was? Wie hab ich das denn jetzt überlebt, Alter? Okay, ich frag lieber nicht weiter nach. Komm, wir sind jetzt Platz, oh Gott, wir waren jetzt eben Platz 19. Awww. Aber egal, egal. 20, passt. 20, so alt bin ich auch. He, he, ich bin alt, ja, ich weiß, 20 Jahre alt. Huh. Ja. Ha. Ja. Huh. Okay, nein. Oh nein. Huh. Uh. Uh. Huh. Huh. Ha. 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 Stay in it. Naaaaaaaa. Dieses Spiel. Oh kack. Ich bin... Nein! Haoohohohohohohohohohohohoho. Nicht mit mehr. Scheiße. Ich bin jetzt schon wieder zurück. Oh maaaannn! Digga. Baboom. So. Nein, 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 nein. Fress mich nicht! Fress mich! Scheiße, scheiße Ich bin am Marsch, ich bin am Marsch Scheiße, scheiße, scheiße Ach, was mache ich denn? Nein Es war so schön Oh nein Nein Meine Platzierung Ich könnte kotzen, Alter Oh nein Scheiße, scheiße Fuck, Alter Ey, ich bin Platz 82 Das kann gefühlt nicht mehr sein. Oh Gott. Dieses, dieses alles. Ich, 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 ich kriege gleich einen Nervenzusammenbruch hier, Alter. Ich fall gleich tot um. Es ist, ey, dieses Spiel, Alter. Man kann es nicht normal spielen. Ach so, ich kann mich ja auch wegscrollen. Oh nein, nein, nein. Bitte nicht, bitte nicht. Nein, ich bin so, ich bin doch so schön. Ich bin doch zu schön, um zu sterben. Danke, Mama. Ah. Ich sehe gerade, ich habe mich wieder auf Platz 31 hochgekämpft. Und ich werde gleich sterben. Ah. Alter, ich sage das noch. Und dann kommt wieder so eine Scheiße, Alter. Ich habe es einmal geschafft. Ich habe es wirklich einmal geschafft, Platz 1 zu sein. Bei diesem gottverdammten Spiel hier. Aber der Unterschied war einfach, dass ich so gegen halb eins mitten in der Nacht gespielt habe. Da waren wirklich so keine Leute mehr gefühlt unterwegs. Und deswegen war es halt schnell auch, sagen wir mal, auf Platz 1 zu kommen. Und natürlich wird dann auch das Spiel dann richtig laggy, sobald du halt Platz 1 erreichst. Weil dann bist du halt der Größte von allen. Und dann kannst du dich fast gar nicht mehr bewegen. Und irgendwann ist einfach dieses Spiel dann auch so programmiert, dass du dann einfach, sagen wir mal, äh, dann dich auch automatisch zerteilst. Das heißt, das Spiel zerteilt dich selber, ohne dass du irgendwas machst. Und das ist natürlich dann so Betrug, Alter. Das ist so Betrug, weil du dann ja auch automatisch natürlich dann Kreise verlierst an die Konkurrenz. Das heißt, du kannst deinen Platz 1 noch nicht mehr halten. Und das ist auch, glaube ich, so eine der traurigsten Sachen, die hier auch passieren kann. Egal, 23. Super. Wir, wir nähren uns. Okay, okay, okay. Will ich mich? Ja, nein. Ich kann mich nicht trauen. Ach, nein, 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 nein. Nein. Ah. Mann. Es war so gut. Es war so gut, Alter. Aber gut. Ähm, ich glaube, ich glaube, das reicht erst mal. Ich glaube, Agario. Oh, Hilfe. Ich glaube, das reicht heute. Ich glaube, ich möchte keinen weiteren Zusammenbruch hier haben. Ich glaube, das reicht für heute. Das war's für heute mit Agario, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst dem Video doch gerne einen Daumen nach oben da. Und für weiteres abonniert einfach diesen Kanal hier und aktiviert auch gleich die Glocke, damit ihr gar kein Video mehr hier verpasst. Und ihr dürft mich auch gerne mal auf Instagram besuchen. Dort heiße ich DamaRip. Und, äh, ja, dann sehen wir uns in, äh, einem, äh, neuen Spiel, in einem weiteren Projekt oder in irgendeinem anderen Video von mir wieder. Also, bis dahin. Tschüss und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.